Stell dir vor, es gibt eine App, die dein Gesicht kennt, die es zuordnen kann, die dich auf allen Bildern, auf denen du zu sehen bist, automatisch verlinkt. Du wirst dich plötzlich auf Fotos wiederfinden, die du nicht erwartet hast. Jeder wird dein Gesicht kennen. Jeder. Ja. Sebastian, ist Anna bei dir? Ich weiß nicht, was ich tun soll, Jim. Und was ich mache, wenn ich sie nie wiedersehe. Red keinen Scheiß, Mann. Klar sehen wir sie wieder. Egal, was du vorhast. Ich bin dabei. Es ist nicht deine Aufgabe, sie zu retten. Darum wird sich die Polizei schon kümmern. Ich will sie zurück, bevor ihr was passiert. Warum hast du ein Problem damit? Weil ich weiß, was du alles tun würdest, um sie zurückzukriegen. Ich habe einen Plan. Er wird sie töten. Mit jedem Like, jedem Abo und jedem Zuschauer, der mehr auf diese Seite gibt, stirbt sie schneller. Kein Scheiß, ja? Mach ich nicht. Du hast mir ins Gesicht gelobt. Ich habe dir vertraut. Ich habe dir vertraut. Ich bin wie leid moveiver. Ich bin wie leid moveiver. Ich bin wie leid. Erraschung für dich. Sie ist eine bemerkenswerte Frau. Bemerkenswert. Ich muss verschwinden, Stan, verstehst du?